Hallo alle zusammen! Diese kleine Tour von rund 40 Kilometer haben wir am Sonntag, dem 17. September 2023, in der Hart südöstlich gelegen von Haltern am See gemacht. Ja, doch zuerst mussten wir in Malsinsen ein Eis essen. Dann kam auch schon eine schöne gelegene Ausflugsgastro, genannt zum St. Johannes. Grüße an dieser Stelle an den Namensvetter, den Johnny Walker. Dann ging es auch mal etwas sandiger auf den Wegen in der Hartzuh. Laut Komoot sollte es ein S0-Weg sein, also mit dem Fahrrad befahrbar und ohne nennenswerte große Anforderungen. Aber es gab dann doch die eine oder andere sandlochartige Stelle, wo man fast drinnen stecken blieb mit dem Fahrrad. Ja, das ist hier die Stelle, wo es dann doch ein bisschen heftig war. Ja, ihr seht, da habe ich dann auch mal zwischendurch schieben müssen. Allerdings landschaftlich, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr schön. Ja, und man hört auch die eine oder andere Wurzel, die dann mal heftig durchschlägt ins Fahrrad, also ohne ein vollgefedertes Fahrrad, würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen. So, dann steuerten wir auch schnurstracks weiter zu auf eine schöne Außengastro namens Schnieders Waldhaus. Hier schön im Bild als Foto zu sehen. Schön im Grün gelegen, dort hatten wir vor und wollten dort eine Pause machen. Jedoch hat man hier nicht mehr für Tagesäste geöffnet. Hier ging der Radweg dann auf einem viel zu engen Streifen neben der Straße entlang und hier der Vlesheimer Hafen und die Zufahrt zum Baggerloch vom Radweg am Wesel-Datteln-Kanal aus gesehen. Unser Abstecher zum Bauernkaffee und Spargel und Obsthof Säbel. Hier gab es dann Pflaumenpfannekuchen, Preis okay. Kuchenstückpreis, zum Beispiel Blaubeerkuchen, wie hier im Video gezeigt, für 4 Euro nicht okay. Wenn die Stücke auch etwas größer als normal waren, man muss also gut überlegen, was man dort essen möchte. Den Link nach Komod findet ihr wie immer unter dem Video in der Textbeschreibung. Dort in Komod sind dann auch noch ein paar Fotos. Das Schöne in Komod, man kann sehen, wo diese an welcher Stelle auf der Route gemacht wurden. Also die Fotos, die man dort sieht, die kann man ja dann auch auf der Karte, die eingeblendet oder die man vor sich sieht in Komod. Da seht ihr dann auf der Route, wo welche Fotos gemacht worden sind. So, hoffe das kurze Video, es wird darüber kein ausführliches geben. Das ist hier das fertige Video, also das ist kein Vorschau-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne bitte einen Daumen ab da, also einen Daumen hoch. Und besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Übrigens, ein Abo verpflichtet euch zu nichts. Außer, dass ihr, wenn ihr möchtet, dann automatisch, wenn es auf meinem Kanal ein neues Video gibt, automatisch benachrichtigt werdet. Aber auch das kann man abschalten. Ja, in diesem Sinne, winke winke, bis zum nächsten Mal und tschüss.